Moderne Kopie von World of Things. Achso, mit modernen Panzern. Oh, Bombe. Okay. Why not getting capital over Echo? Ähm... Das ist eigentlich nur Rookmap, wa? Welche Links haben wir? Rook ist dran. I think you should rather get capital. He is very solid. We are playing ranked, so don't do stupid stuff. I randomly decided that ranked would maybe be nice. Usually we are playing casual because we have some guys that are still learning, but I see no reason to not play ranked. And when there is no... I mean... Why not playing ranked? It's more or less the same shit as before. Und, naja... Hallo, Random... Random Ponderborner. Grüße. So... Habe noch nicht gespielt, äh... Müsste ich Winter mal, ähm... mal angucken bei denen. Macht aber gut, Freunde. Na gut, dass die Drei-Armor-Klasse wieder drum rennen muss und die Türen nur zu machen, oder was? Maybe... Down to 10 seconds... Reinforced Floor! Down in 5 seconds... Door barricaded! Bomb located by Op4. Pulse, Pulse man. Come here, man. Wee... Deploying Sensor Marken Jammer ready Activating Jammer Sensor activated Jammer activated Come here man, come here Come here What the Deploy Sensor deployed Deploying Sensor Ups Ach fuck Was macht der denn? Ach lol, oh ich bin ja dämlich Das war Weltklasse schlecht Geht Geht Jetzt will das Spiel Hardcore verkaufen Febiks, oder? Ich hätte ja schon lange das Radio kaputt geschossen Das ist eine andere eigentlich Achso So Behind soweit werden Ach verdammt, da hätte ich nicht sterben dürfen, das war dämlich Ach Hey! Hm... Ah, Thatcher, Thatcher hat ihn mal gebraucht Iod Babycats Iod Babycats Ich denke mal mein Abend wird Warfare, weil das ist das Die Rainbow Six Streamer kenn ich mit euch ganz gut eigentlich selber Ich hab auch ein paar Abonniert Abonniert hat er jetzt auch wie gesagt, äh ein paar Gefollowed Was ist die TSK Typen hier? Da hab ich mir irgendwie mehr vorgestellt, dass die mehr können, naja Vielleicht sind die ja am angreifen gut Ich hätte einfach uns gebrochen können Ach ja Ach ja Die haben doch mitgenommen Die Mausten Keine geschlossenen Dachlupen? Die Mausten Keine geschlossenen Dachlupen? 10 Sekunden bevor die Insertion 5 Sekunden bevor die Insertion Ok Ok Der Diffuser ist jetzt geschlossenen Du hast eine Bombe Mach deinen Weg zu der Location und Diffuser 3 2 4 4 Was? Warum lebt der noch? Wenn ich mir noch... Kann ich so schlecht ein Tiers beantworten. Die Faradien hab ich doch schon mal gehört. Aber das hat sich so weit bier an. Ernsthaft. Vor allem, wie oft hab ich den Typen angeschossen? Hm. Was macht der hier Lustiges? Der Diffuser ist nicht mehr in Ihrer Besetzung. Das... Was? Das ist hier Holzboden? Aber wir haben ja noch nicht einen Tod gekriegt. WTF? Das ist nicht mehr in Ihrer Besetzung. Gluster charge going up. Gluster charge going live. Ich bin aus. Der Diffuser ist alles in Ordnung. Was ist denn das? Ein freundlicher Operator bleibt. Ah, nicht Kavera. Na, spüren wir, Doc. Halt uns mal ein bisschen zurück gleich, weißt ja was. Ich wollte aber halt auch nicht ewig warten, Fabs. Na, so wie das aussieht, wird das hier sowieso eine 0-4-Klatsche. Insofern ist das hier ganz schnell vorbei, das Match. Das ist halt auch ja kein Problem. Ach, wir machen nochmal Garage. Das hat ja beim letzten Mal so funktioniert. Ach, diesmal rennt man hoch, das ist ja schön. Gibt es hier irgendwelche Wände, die ich unbedingt verstärken möchte? Mach sie mal hier die Scheiße, ne? 10 Sekunden remaining. Long, rehen, fall auf Spencer, Gugel! R4 ist lokal. Bomb, yet ready to engage. Gugel ist dicht. Okay. Okay. Da macht er nicht dicht, ne? Okay. Ich wäre gesund. 강. Hier ist dicht impulsivier. christmas. Einõige. Entsperten! Wer sagt? Nee жел. Opt trinke. Hä, wie ist denn das? Das Schild ist reingeladen und jetzt ist das auf niemanden mit. Was ist denn da? Man scheint beide Schilder töten, das ist ja großartig. Wo ist der Rest? Die Kamera! 1-Op 4 remaining 15 seconds Okay Hm, job, no? Hab auf jeden Fall viel gemacht bis jetzt Jo, 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 jo So, dann spür noch mal Thatcher Aber Thatcher bringt ja nicht eigentlich so viel hier, ne? Spür lieber die Banner Da hab ich mehrfach Frauen drin Hat ein Lucky eigentlich von Rang mit der Hölle? Ach, das steht ja nicht da Und das hat schon mal Ja, ich bin einfach mal Ja, ich bin aber auch wieder Die Banner ist weg Die Banner ist weg Ja, ich bin einfach so Ja, ich bin ernst Grug und Doc. Es geht aber ab hier, Freunde. Hm. Hm. Ah, nein. Jetzt habe ich noch das falsche Visier drauf vom Terrorist-Hand. Neeein. Okay. Oh. Okay. Debt, Charge. Flosser, Charge! Flosser, Mach! Zettelung! Ich muss den Defusor zurückkehren. das war dämlich das war auch dämlich ich habe keinen Wurf verstanden 15 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden R4 eliminiert. Nice. Gut. Läuft aber auch. So ist ein Thema 4-0-Klatsche. Wird immer eine 2-4-Klatsche. Jetzt spielen wir noch mal Docks. Hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert. ne eigentlich braucht das team hier ein blitz ich nicht oder jetzt bestanden ihn die dinge ist doch gar nicht schlecht hier erst der smoke Konsul-Office? Das gleiche, was die auch gerade hat, ne? Oh! Huh? Feed, I'll be running! Down to ten seconds. Setting the welcome map. Down to five seconds. Camera in place. Off-4 is located a bomb, get ready to engage. Hmm, 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 hmm. Oh, man. Stay clear to me, the S line of fire. Stay clear to me, the S line of fire. Ah, das war so dämlich. Warum mach ich sowas? Ah, ich wusste, was ist hier oben? Oh, guck der nach unten. Ah, dumm. Dämlich! Two-Up-Bass-Fungbindung. Wahrscheinlich haben wir exzellent... Was machen die ganzen Kameras da drin? Das bringt ja gar nichts. Letztendlich hätte ich reagieren müssen, wo der Füß die Bombe da reingepackt hat. Da hat man ihn kriegen können. Genau. Ah, direkt auf stein! Nice. Ja, drei Kills haben ich hierhin geholt. So, Kinaas. Hm. Okay. Konservative Vorschläge hier, dann spielen wir mal die Banner. Full retard. Äh, wo schluss sie spawnen denn die anderen? Wer braucht schon Rüstung? Ich hab da auch noch. Ich hab auch noch den Infusor. Ach, Menno. Wir brauchen eine Bombe. Was fehlt denn noch? Vorne? Lego, die könnten noch mal oben Konservative machen. Da geht er nicht. Okay. Noch mal Konservative. Kawer. Nein! 10 Sekunden zu gehen. Oh nein, ich hab noch das Kackvisier drauf. Oh nein, ich hab noch das Kacken. 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 Eieieieiei Oh ich hab e challenge completed Hab ich das gemacht Yay! Gold 3 Wup wup Ja